Sie sind Brand- und Katastrophenschutzinspektor hier im Rhein-Lahn-Kreis. Ist der Rhein-Lahn-Kreis für eine große Katastrophe wie zum Beispiel in Dietz beim Brand oder an der Ahr gewappnet? Gut, den Einsatz in Dietz haben Sie ja gesehen, den haben wir geleistet, abmeistern können, aber natürlich nicht alleine, sondern mit Unterstützung vieler anderer aus Nachbarkreisen. Alleine können Sie sich für so ein Scharrenzereignis nicht aufstellen und das gilt natürlich auch für so ein Ahrhofwasser. Sie brauchen Unterstützung von außen. Gibt es eine Blaupause für so eine Katastrophe wie an der Ahr? Nein, das war jetzt einmalig so in Deutschland, das kann man glaube ich so sagen und ich denke, dass auch bei einem nächsten Mal das Ereignis auch nie klar abgearbeitet werden könnte. Wir haben zum Beispiel die Rettungsfundestaffel hier im Rhein-Lahn-Kreis, wir haben das THW in Lahnstein und natürlich ganz, ganz viele ehrenamtliche Feuerwehrleute. Wie viele Ehrenamte unterstützen uns hier im Rhein-Lahn-Kreis? Wir haben insgesamt über dreieinhalbtausend ehrenamtliche Einsatzkräfte, worauf wir auch sehr stolz sind und dankbar sind, um unsere ganzen Ereignisse abarbeiten zu können. Lieber Mike, wie gut ist der Rhein-Lahn-Kreis für den Katastrophenfall gerüstet? Wir haben heute Abend gute Konzepte vom Brand- und Katastrophenschutzinspektor gehört, haben aber auch Hausaufgaben mitbekommen für die Verwaltungen, die sich eben darum kümmern müssen, die Ortsgemeinden mitzunehmen, die Städte mitzunehmen, die eben ehrenamtlich organisiert sind. Und da muss, ob beim Katastrophenschutz Leuchtturm oder eben bei anderen Szenarien, sich jeder seine Gedanken machen. Ist der Rhein-Lahn-Kreis technisch gut ausgerüstet? Ich finde schon, dass der Rhein-Lahn-Kreis von technischem Gerät her gut ausgerüstet ist. Und trotzdem gibt es Szenarien, Waldbrände oder andere Gefahrenlagen, wo man eben auch im Blick auf Klimawandel und so weiter sich noch mehr Gedanken machen muss. Du hast gerade gesagt, es gibt auch Hausaufgaben für die Gemeinden. Was heißt das genau? Jede Gemeinde muss sich zum Beispiel bei einem langfristigen Stromausfall oder bei einer Gasmangellage, wo es eben keine Energie gibt, Gedanken machen, wie bekommt man zum Beispiel etwa drei Prozent mindestens der Bevölkerung irgendwo unter, die eben zu Hause weg müssen, weil es zu kalt ist oder weil es eben kein Licht gibt oder sonstige Dinge mehr. Man muss aber auch Anlaufstelle für besorgte Menschen eben sein, sei es für einen Arzt, für medizinische Versorgung, für Lebensmittel und sonstige Dinge. Und da muss man sich durchaus Gedanken machen, weil in einem Katastrophenfall, den kann man noch so gut theoretisch durchplanen, ist alles anders. Lieber Manuel, du bist natürlich nicht nur Landtagsabgeordneter, sondern auch Stadtbürgermeister in Nassau. Hat man manchmal ein bisschen Angst davor, wenn man an die Ahr guckt, dass dir das Gleiche auch in Nassau an der Lahn passieren könnte? Nein, Angst habe ich nicht davor. Man muss sehr gut vorbereitet sein darauf und das gehen wir an in der nächsten Zeit. Das ist auch eine Quintessenz des heutigen Abends. Jede Ortsgemeinde, jede Stadt muss sich Gedanken machen um Katastrophenschutz und wir auch. Und das müssen wir gemeinsam mit der Verbandsgemeinde in der nahen Zukunft angehen. Sind die Feuerwehren technisch so gut ausgerüstet, um mit solchen Katastrophen umgehen zu können? Also ich war erst am Samstag bei uns, bei der Feuerwehr, bei der Jahreshauptversammlung und muss sagen, in Nassau, die sind wirklich gut ausgestattet und wirklich fit. Die brauchen jede Unterstützung, die sie kriegen können vom Land, vom Kreis und auch von der Verbandsgemeinde. Und dann sind die auch so gut ausgestattet, dass sie das können. Und in Nassau kann ich sagen, haben wir wirklich eine tolle Stützpunktwehr. Da können wir stolz drauf sein. Ich danke dir.